So, willkommen bei Dens Home Shopping Kanal. Ja, jetzt mal Spaß beiseite, dass ich mal ein Video mache, wo ich einen Hochdruckreiniger vorstelle, hätte ich auch nicht gedacht. Aber jetzt ist es mal so, die Firma Mac-Off, die ja viele Pflegeprodukte hat, hat hier so einen kleinen speziellen Hochdruckreiniger für unsere Fahrradfreunde rausgebracht. Und das erkläre ich euch gleich, aber das wichtigste Feature im Vergleich zu so einem Monster ist, dass dieses Produkt auch nicht euer Fahrrad kaputt macht. Das heißt insbesondere die Lager, die ja im Fahrrad ein wichtiges Thema sind, weil er zwar ein Hochdruckreiniger ist, aber nicht zu viel Hochdruck hat. Ist ja irgendwie auch ein Widerspruch in sich. So, ich zeige euch kurz den Lieferumfang. Also, ein Hochdruckreiniger wie jeder andere. Hinten ist der Anschluss irgendwie Gardena-kompatibel, das werdet ihr gleich sehen. Der geht hier rein. Dann aufgewickelt das Kabel. So, hier vorne kommt einfach die Pistole rein. Und die Pistole selber, da kann ich mir überlegen, welchen Aufsatz ich mache. Natürlich kann ich hier das reinsetzen und kann mir eine von diesen Düsen aussuchen. Es gibt Fahrrad, es gibt Motorcycle und es gibt ganz normal. Wenn ihr das Fahrrad machen wollt, dann nehmt bitte auch die Fahrraddüse. Steht ja auch drauf Bicycle. Weil die Motorraddüse hat ein bisschen härteren Dampfstrahl. Und die normale Makov-Düse wäre jetzt, wenn ihr hier einfach irgendwelche Gartenmöbel oder so abbrausen wollt. Wenn ihr einfach das Fahrrad machen wollt, nehmt ihr die Bicycledüse und setzt die hier einfach rein. Und dann könnt ihr so damit Rambo spielen. Ja, besonders schön ist das. Viele Leute kennen von euch dieses Makov mit so einer Pumpsprühflasche, wo ihr das Fahrrad vorher einsprüht. Hier ist es eine Schaumkanone. Das heißt, wenn ihr das alles rausnehmt, könnt ihr diese ganz normale Makov-Flasche mit so einer, ich zeige euch das mal, mit dieser Schaumkanone mit dem Aufsatz, mit so einem Strohhalm dran, einschrauben. Im Lieferumfang ist auch eine normale Flasche und ein Konzentrat zum Nachfüllen dabei. Das heißt, ihr habt auch für die ersten Male wahnsinnig viel Makov-Zeug im Lieferumfang dabei. Dann setzt ihr das hier rein. Andersrum. Und dann habt ihr eine Schaumkanone. Früher hätte ich gesagt, hätte ich auch gerne in der Disco gehabt. Aber jetzt schauen wir damit das Fahrrad ein. Weil ich euch gerade eine Warnung gegeben habe, mit so einem Mega-Power-Hochdruckreiniger das Fahrrad sauber zu machen, zeige ich euch auch noch mal, wo wirklich die Gefahr dabei steht. Also ich mache die Räder von mir da auch nicht damit sauber. Aber ich zeige es euch mal. Da wollt ihr weder eure Hand vorhalten, noch wollt ihr das auf dem Tretlager haben. Okay, jetzt mal im Vergleich der kleine süße Makov mit weniger Druck. Da seht ihr schon, da habe ich jetzt auch kein Problem, meine Hand reinzuhalten. Und ich kriege auch da mit meinem Stall nicht mitgebracht. Aber ihr seht das ja neben der Spur, kann ich jetzt nicht nochmal eine zweite Spur machen. Ja, dann würde ich sagen, bring on the action. Ein Fahrrad rein von diesen ganzen Dreckigen. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Alles wieder frisch. Was ich euch jetzt erspare in dem Video, ist mit dem Mikrofasertuch jetzt den Rahmen trocken zu machen. Und dann, wenn der trocken ist oder auch während des trockenen Vorgangs mit so einem Bike Protect zu behandeln. Das ist nicht das Thema von dem Hochdruckreiniger jetzt. Dann mache ich die anderen Räder jetzt noch. Ja, willst du die alle alleine machen oder was? Du kannst ja auch. Ja, sag mal, was ist mit diesem komischen Monsterrad da hinten, mit diesen Fettbikes? Kann ich das machen? Dieter schäumt jetzt das Monsterfahrrad, damit er auch Spaß während der Arbeit hat. Ich spanne dir das ein, das Monsterfahrrad. Das hat auch noch schön angetrocknet mit dem Dreck hier drunter. Oh, das ist ja lecker. Guter Jahrgang. Da kann man gar nicht aufhören, ne? Hast du noch was anderes? Das ist ja lecker. Last but not least, das Schönste zum Schluss im Lieferumfang ist noch dieser wahnsinnig coole, wasserdichte Beutel dabei. Das heißt, wenn ihr das alles wieder schön ordentlich verpacken wollt, nehmt ihr einfach den Kärcher rein damit. Und die Schaumdüse, die Pistole und auch eine Düse, ihr könnt das schon zumachen. Könnt hier die beiden Pullen einmal konzentrat, einmal normal reinstopfen. Und ihr könnt auch den Schlauch natürlich innen rein machen, aber hier ist auch noch so ein Netz. Hier könnt ihr auch noch den Schlauch reinpacken. So Leute, hoffentlich hattet ihr wieder genauso viel Spaß wie der Dieter und ich beim Einschäumen. Hatten wir zumindest sehr viel Spaß. Coole Sache, gebt uns einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Viel Spaß beim Reinigen eurer Bikes. Hier ist der Anschluss für die, für die, den ich nicht loskriege. Wie geht denn das? Nee, andersrum. Nach außen. Also laut Symbol ist es lockt. Nee, stimmt nicht, du hast recht. Nach innen. So, hier. So, hier.